Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe in meinem Kanal Das Wissen vom Heilen und zwar wird es um Videos zu klopfen befreit gehen. Ich werde da kleine Videosequenzen zum Mitklopfen aufnehmen zu bestimmten Themen und so zwischen drei, fünf Minuten, sieben Minuten höchstens und Sie können einfach mitklopfen. Das heißt, ich werde für Sie sprechen, Sie sehen die Punkte bei mir und müssen einfach nur mitmachen, auch wenn Sie keine Technik der energetischen Psychologie können, also EFT oder MET, verschiedene andere Techniken. Es reicht einfach, dass Sie mit mir mitklopfen. Heute wird es um das Thema Stress gehen, Stressreduktion, weil das einfach so ein omnipräsentes Thema ist inzwischen. Zwischen 80 und 90 Prozent aller Krankheiten sind stressbasiert. Die Krankheiten selber haben dann physiologische Ursachen, aber die Ursache dahinter ist meistens langanhaltender chronischer Stress. Deswegen möchte ich heute diese Reihe starten mit einer Antistress- oder für Entspannungs-Klopfsequenz, je nachdem. Und Sie können einfach mit mir mitklopfen. Wenn Sie sich noch unsicher sind über den Sitz der Punkte, empfehle ich Ihnen meine EFT-Klopfer-Klopfer-Klopfer-Tutorials auf diesem Kanal. Für alle anderen starten wir mit klopfen. Okay, wir starten mit dem Handkantenpunkt. Auch wenn ich total gestresst bin im Moment und sich das in meinem Körper, in meiner Seele, in meinen Emotionen, in meinem Kopf festsetzt und ich nicht mehr rauskomme aus dem Ganzen. Ich habe das Gefühl, dass das nie wieder anders werden wird, dass ich aus dieser Stressschleife nicht mehr rauskomme, dass ich mich überhaupt nicht mehr entspannen kann, dass nichts hilft. Und wenn ich nachts wach liege, dann kreisen die Gedanken. Ich kann auch tagsüber nicht mehr abschalten. Und ich liebe und akzeptiere mich von und ganz. Auch wenn ich total gestresst bin im Moment und mein Körper gestresst ist und meine Emotionen gestresst sind und mein Kopf gestresst ist und alles gestresst ist, liebe und akzeptiere ich mich von und ganz. Auch wenn alles immer mir total gestresst ist im Moment und ich überhaupt nicht mehr weiß, wie ich runterkommen soll. Ich kann nicht mehr abschalten. Ich kann mich nicht mehr entspannen. Das geht einfach nicht mehr. Und immer wenn ich mich mal ein bisschen entspanne, dann kommen sofort die Gedanken. Liebe und akzeptiere ich mich von und ganz. Ich bin total gestresst. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir. Mein Körper ist total gestresst. Ich bin aufgeregt. Ich bin nervös und gleichzeitig müde und erschöpft. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich runterkommen soll. Ich komme überhaupt nicht mehr runter. Ich kann mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr entspannen. Es ist alles so viel im Moment. Es sind so viele Baustellen. Und manche von diesen sind echt dringlich. Ich weiß keine Lösung im Moment dafür. Ich bin gestresst. Mein Körper ist gestresst. Kopf ist gestresst. Alles ist gestresst. Und der Stress ist schon so lange. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr richtig entspannen. Ich kann nicht mehr richtig schlafen. Ich kann mich nicht einfach mal hinsetzen und nichts machen. Sobald ich aufhöre, irgendwas zu tun, kommen die Gedanken. Und dann stresst mich das noch mehr. Ich bin aufgeregt und nervös und gleichzeitig erschöpft. Dann machen wir die Gehirnbalance oder Brücke auf dem Handrücken zwischen den kleinen und den Ringfingersanften. Die Sehnen vertiefen, klopfen, Augen schließen, Augen öffnen. Kreisen die eine Richtung. Ich bin total gestresst. Und kreisen die andere Richtung. Ich bin total gestresst. Dann summen wir. Zählen von 1 bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und summen nochmal. Ich bin total aufgedreht, total nervös, total gestresst, total gereizt. Ich bin total empfindlich gegen alles, schnell überfordert. Sobald irgendwas kommt außerhalb der Reihe, ist mir das zu viel. Und ich habe Panik. Ich habe das Gefühl, dass ich das alles nicht mehr auf die Reihe kriege, nicht mehr schaffe. Ich mache auch viele Fehler jetzt dadurch, dass ich so gestresst bin. Und mein Körper kennt es irgendwie gar nicht mehr anders im Moment. Mein Körper kennt nur noch diesen Stress. Ich bin gestresst. Mein Körper ist gestresst. Die Nebennierenrinden sind viel zu aktiv. Die Amygdala ist viel zu aktiv im Moment. Und die Gedanken kreisen die ganze Zeit. Ich kann überhaupt nicht mehr abschalten. Ich komme aus diesen Kreisen nicht mehr raus. Dann atmen wir einmal tief ein und aus nach jeder Runde. Dann starten wir neu. Wir starten wieder mit dem Handkantenpunkt. Vielleicht sind das alte Programme, vielleicht sind das neue Programme. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das alter Stress. Vielleicht ist das neue Stress. Vielleicht ist das neuer Stress, der auf den alten Stressen drauf sitzt. Ich habe so viele stressige Muster im Körper und Stressmuster im Körper. Und in den Emotionen und im Kopf, in der Psyche, in der Seele. Und ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Auch wenn ich so viele alten und neuen Stress im Körper und im gesamten Organismus habe. Im Kopf und in der Seele und im Herzen und sonst wo. Liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich so viele alte Stressmuster und so viele neue Stressmuster im Körper und im Kopf habe. Und im gesamten Organismus. Und ich manchmal gar nicht weiß, ist das ein altes Stressmuster. Oder ist das ein neues? Oder drückt das Neue nur die Muster vom alten? Liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Eine ganze Menge alte Stressmuster, alte schlechte Erfahrungen, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass mein Körper versucht, mich zu schützen damit, mit diesem Stress. Ich weiß, dass mein Körper versucht, mich wachsam zu halten, mich wach zu halten. Und wahrscheinlich gab es auch mal eine Zeit in meinem Leben, wo das dringend notwendig war, wachsam zu sein. Aber vielleicht würde mir jetzt Gelassenheit besser helfen und mich besser schützen. Ich bin jetzt erwachsen. Vielleicht wäre jetzt eine gelassene Klarheit das Beste. Vielleicht wäre es jetzt sehr viel besser, wenn ich klar und bei mir wäre. Ich könnte vielleicht dann diese Baustellen viel besser angehen, wenn ich relativ entspannt und klar wäre. Vielleicht hilft mir jetzt diese extrem erhöhte Wachsamkeit, die früher sicher nützlich war und hilfreich war, jetzt überhaupt nichts mehr. Sondern vielleicht behindert die jetzt genau das, was ich eigentlich möchte, nämlich die Sachen zu lösen. Damit gut zurecht zu kommen. Augen schließen, Augen öffnen, kreisen die ein. In Richtung alte Stressprogramme und neue Stressprogramme. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und vielleicht sitzen die neuen Stressprogramme nur auf den Schultern von den alten Stressprogrammen. Vielleicht erinnert mich vieles in der neuen Situation an eine alte Situation, an etwas, was ich schon ziemlich gut kenne. Und vielleicht wird es langsam Zeit, beides mal anzuschauen und immer besser loszulassen. Und festzustellen, dass ich jetzt erwachsen bin, dass ich an einer ganz anderen Stelle stehe, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe. Und dass es mir gar nicht mehr so viel hilft, wenn ich dauernd wachsam bin und aufmerksam bin und nicht zur Ruhe komme. Vielleicht hilft es mir jetzt eher, wirklich mal zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen, mich zu entscheiden, dass ich jetzt und hier in diesem Moment in Sicherheit bin. Und dass ich viel mehr machen kann als früher. Ich kann viel mehr selber entscheiden. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Unterstützung, viel mehr Ressourcen, viel mehr Werkzeuge, viel mehr Wissen, viel mehr Lebenserfahrung, viel mehr Sicherheit. Vielen Dank.